so den tritt bei ich habe mein zimmer aus wegen wegen aufnahme hier so nähert euch mit den delictus merken sie überzeugen aktien um die datenpakete zu bekommen einstellungen bestelligt zurück in die zukunft ja jetzt wird es futuristisch und damit herzlich willkommen zurück zu den heißt missionen zu den doomsday heißt missionen hierbei auch schon zockt jetzt blöd die alte die alte bruderschaft ist wieder haben start und die assassinen so hintergrund im letzten so blöd werden die dilettanten die dilettanten ich nehme gepanzerten kuruma den sieht aus wie so ein wie so ein älterer general der am vietnamkrieg war ja früher früher habe ich das auch mal gemacht und uwe sieht aus wie gesagt uwe sieht aus wie so ein mexikanischer ich glaube das wirst du nicht mehr los so alles klar wird kurz zugelegt das ist wahrscheinlich dieses auto dieses futuristische auto vor ich doch direkt mal hin ich kann noch sehr gut können wir machen ich habe mir extra scheibenwäschflüssigkeit noch gefüllt vor ich mich nicht vor ich mich nicht okay hoch denn kommt scheibenwäschwasser extra noch gefüllt so das ganze noch im schnee kakao wo es sein ich bin ja wir haben uns nicht zu von da hoch koma fährt sich ein relativ guter schleimte bissel wird und sagen Schleimt in der Kurve. Oh toll. Bindereisen vergessen. Ich komm dann nach, ne? Jo. Ich hab wieder nicht aufgepasst, was der unten erzählt. Gott sei Dank, ja. Nur scheiße. Ist doch eigentlich ganz klar. Hinfahren, Leute töten, Autos klauen, weg. Ne? Uh, so schwer. Ne? Alles und jeden töten. Einen Gag. Richtig. Erst schießen, dann vorn weg. Ja, das übliche halt, ne? GTA eben. Ich hab neulich mal wieder auf dem Online-Server gespielt. Ähm, hatte ich schon nichts geändert, ne? Schießen mich gegenseitig ab und stattdich beide heißen, so ein bisschen zu unterstützen, also... Ja, aber das gibt's auch die Modusflüge, die Fexmodus und alles, da kann man das veranladen, nur mal jemand 1-8-malte. Der Online-Server am Anfang PS3 war das richtig geil, und ich hab neulich mal wieder auf dem Online-Server gespielt. Ich hab neulich mal wieder auf dem Online-Server gespielt. Und dann kiezt ab, dass das alles erkundet. Jetzt wird kommt da am Server auf dem Online-Server und ich bin so aus dem Schaufsitz-Piefer. Ich fängt an auf dem Online-Server, die Flieger sind jetzt jetzt rum. Und schließen auf auf Spieler, die halt Angst, dass spielen wollen. Don't game me back. Früher noch mit Vera am Mittag, weißt du, das war noch geil. So Leute. Wir sind in Delorean oder was? Ja. Hm. Soll sein. Steigt in die Autos und wartet auf mein Zeichen. Jeder ein. Bist noch auf dem Uwe warten, ne? Bis jetzt. Bis jetzt. Bis jetzt. Kannst du mit dem Auto eigentlich auch fliegen, ne? Der Delorean ist nicht mehr in Zukunft oder was? Ja. Nein, ich bin zu mir da dran! Scheiße! Ach, Mann! Ja! Fuck! Ach, jetzt muss ich zerstören, ich hab den gehackt, jetzt muss ich mich nicht zerstören, alles klar! Alles klar! Zerstöre das Ziel, ja! Ja, ich... Ich hab's... Ich komm zu euch, ich helf euch! Ja! Okay, hab's! Hab's, hab's, hab's! Die, zu mir kann ich noch mitkommen da! Reicht ja, wenn du nebenher fährst, ganz nur! Okay! Ja, dann trifft er dich nicht, vorne neben dem! Und hackt den! Hier hack ich den! Und nach rechts die App öffnen! Rechts Steuerkreuz! Steuerkreuz rechts! Und dann schön in der Nähe bleiben! Jawohl, ich hab meinen! Jawohl, ich zerstöre ihn! Wähle die Raketen aus, David! Hab ich schon! Die werden alle zum Denkley! Ja! Ja! Einige, die werden ich da nicht bauen! Vorneben dem, wie gesagt! Hm, muss immer so ganz schnell in den Brand! Ich hab da immer Gegengelenk gegen den! Alter Ding ist gern! Ich geb dir Cover denn! Ich geb dir Cover! Und dann dort steht, zerstöre das Ziel! Wechselst du auf Raketen! Wenn du aufstehst, hast du auf Raketen! Wenn du aufstehst, hast du auf Raketen! Wenn du aufstehst, hast du längst Raketen! Wenn du dich, äh, weit weg! Wenn du mit dir seid! Wenn du mit dir seid! Ja! Es ist ganz klar! Er.. Er.. so gut auf dem Wasser Hecke ein Ziel auf dem Wasser und das alles noch in der Zeit wir sind hier alles ich den B im Leben alles klar nämlich auch im Spiel zum Nürnberg ich den B ach so nicht sehr ich bin C schon so denk dran das Auto kann schwimmen ach so ach danke danke ich hab dir geholfen ja ja das Ziel zerstört oh nein haha ha oh jetzt rieb ich den steil weg hier David du kriegst das komm du bist der beste Fahrer nein ich bin schon drücke X um den Schwebemodus ein oder auszuschalten ach wie geil ist das denn das Schwebemodus ja wir können das Wasser nicht auf dem Grund fahren ne ja also macht aktiviert den Schwebemodus bevor ihr ins Wasser macht ne nicht erst wenn ihr unter Wasser seid ist doch richtig Alter ich kann mich kontrollieren ich gehe halt aber auch ziemlich weit weg jetzt Alter wir haben noch ne Viertelstunde haben wir noch dass die nächsten Ziele sind dann bestimmt in der Luft dann ein waaaah das ist echt ganz eisenwunder ich bin jetzt grad beim so muss doch rein alles klar ich schweb überm Wasser wie geil ist das denn ich kann gar nicht mehr so mehr rein wenn der eine angefangen hat mit scannen ne naja dann kommt der Schwebemodus eigentlich mit X musst du das drücken ich muss das hier aus Wasser kommen ja wir können das Bild ok ok hast du es zu geben ja ok 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 wie viel Köln sein das ist nur das und alles klar und ist gut und möglich das nur ein Land oder nur bis zu ich komme dir helfen die Mauer den Bauer Arjen und gut in der Regel Schöner und in den Parken gehen jetzt 4 mit dem neuen geht er doch mit gut wir wollen gut geht denn das ist schon Geld um das wollen wir die Klinik die Kölner Askekt die dritte gestürt genau da will ich auch nur von dem Gelder von der Heistmission kannst du den dann holen gut, bei mir ist mein Zweck gut, 10 Minuten jetzt fürs Letzte bei wem sein ist das? in Ordnung, alles klar, zum gelben Punkt, gelber Punkt oh Gott eh sind's wohl nicht ja, war ja klar dir bloß in der Gelbpunkt ungefähr siehst du den jetzt oder was? doch, ich seh den, aber ich bin halt hier noch am Hafen ja, ist er am Land oder was da? ich bin auch noch am Hafen ich halt drauf zu ja stimmt, da bin ich gleich dran bin ich aufs Wasser ja komm ich hier hoch eigentlich, mit dem Auto ne, hab ich schon gesagt geht weg, da bin ich noch nicht da muss ich noch nicht kommen, da weiß ich was er kommt ja ich bin jetzt gleich da alles gleich auch am Boden dann können wir gleich sehen gut, wir sind am Schüssel sind unsere Bauern jetzt ok fort auf die Stopbahn fort auf die Stopbahn los randern, fang die Übertragung ab scannen das Flugzeug scannen ja, ja los David was ist denn hier immer mit dem Handy? was ist denn für ein Handy jedes Mal? ja, ich fliege ja kleiner nach oben jetzt, ne? ja, Robert macht dann gleich, ich öffne gar nicht erst die App du machst gleich das ja ich warte gleich ein bisschen hinter dem Flugzeug wie sie abgehoben sind ok ich bin hier schon rum ja, zieh gleich schön hoch schön um dich hoch mit dem Flugzeug mein Auto startet nicht du musst die App ach so 12% sehr gut sehr gut jetzt bist du ein bisschen hoch, ne? mit dem Ding jetzt sehe ich es, ich sehe es, ich sehe es ja ich habe jetzt schon ich habe jetzt schon ok, Helis abdrehen drin ok jetzt kann sich diese Scheiße einfach nicht öffnen jetzt einen habe ich getroffen, glaube ich Luftsputzen zum direkt den habe ich ok und? einer ist noch drin oder? kriege ich ich bin direkt dahinter dann kann ich hier eine Anvisierung 60% jawoll sehr geil 70% sehr geil David das geht aber langsam eh ganz gleich ganz ruhig ganz gleich keine Feinde 80% was? 6 Jets nähern sich ach top David, bleib du dran ja oh ja der könnte auch noch ein Heli eine Nachricht ok 1 2 Helis 2 2 3 Helis 100% alles klar zerstörs oder? muss man das zerstören? ja ne? ja, zerstört 2 2 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 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 6 5 5 5 5 5 6 5 5 5 6 5 6 6 6 7 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11 12 13 12 135 1 10 13 14 15 18 20 200 2 19 weil wir das für uns gewusst dann war noch schnell bei unseren zielen ja richtig echt hier oben drauf wurden oben drauf jetzt genau über den punkt oder ach hier unten seid ihr so mal gucken ob ich hier ein bisschen schön landen kann mit dem ding zack nice die bitte hat nicht mal eine scoutkarte noch dazwischen gepasst schwere geburt definitiv bisschen eine längere folge heute wenn ihr das video bis zum ende geschaut habt dann bedanken uns bei euch fürs einschalten und wir sehen uns dann in der nächsten vorbereitungsmission für die doomsday heißt ich bin ich bin durch das war schon ein bisschen nervig na gut also dran geblieben reingehauen bis zur nächsten folge gta online doomsday heißt missionen mit dem rzlp team also tschü tschü